Eine echte Carbonara zu kochen ist eigentlich gar nicht so schwierig. Du benötigst nur eine Handvoll Zutaten und die richtige Technik. Und darum geht es auch in unserem neuen Kochbuch. Du brauchst keine teuren Küchentools, du musst auch keine langen Stunden in der Küche verbringen. Du musst einfach nur die Grundlagen kennen und ein paar gute Rezepte zur Hand haben. Unser Kochbuch ist das Ergebnis von 10 Jahren Kocherfahrung. Es hat 100 gelingend sichere Rezepte und viele Tipps, die dir in der Küche helfen werden. Das Buch heißt Everyday Cooking. Ich hoffe, es wird dich inspirieren. Happy Cooking! Happy Cooking!